so ohne großartigen break von gestern auf heute geht es gleich weiter hier und ohne runterfallen bitte ich hätte wirklich gern mal das dach fertig ohne dauernd hier was falsches zu drücken warum geht das jetzt automatisch jetzt hat er es automatisch gemacht okay es braucht wahrscheinlich immer nur ein bisschen liebe und geduld ich bin mir immer noch unschlüssig was wir von der dachfarbe nehmen weil vorhin das sah ja nicht gerade so pralle aus möchte ich mal sagen so macht es das jetzt hier nein natürlich so Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ach, Alter, jetzt mach doch! Puh, also ich muss sagen, es frisst schon ganz schön Holz, ne? So, die Aktion hier... Schön! Ja, jetzt nochmal gerade nach oben, bitte Dankeschön! So, ja, da ist ja nirgends mehr drunter, kann man schön einfärben. So! Oh ja, hier müssen wir uns dann auf jeden Fall hochbauen und die Erde wegmachen. Also ihr seht, man muss auf jeden Fall erstmal wieder reinkommen und dann läuft das schon halbwegs. Das hier ist ja nirgends mehr drunter. Oh, klar! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 So, jetzt müssen wir uns eigentlich nur irgendwie auf den Baum hier drüben aufbauen Und dann können wir auch wieder nach Hause watscheln Einmal ums Traum Oder mitten rein in den Dschungel Und dann müssen wir euch wieder bald schlafen und essen Was gibt denn die Jut durch Küche so her? Oh, jetzt hat es mal kurz, hat es mich ein bisschen zurückgesetzt Essen Pass auf, ich würde gerne bissen Salat Achtung, da brauchen wir ja wieder eine Schüssel für Salat Die haben wir irgendwo Was sind das eigentlich? Salat-Dressing Ja, das muss man auch erstmal haben Oh Gott Oh Gott Oh Gott, ich glaube ich würde einfach Weizen anbauen und machen wir Sandwiches Eier-Salat Eier-Salat Kartoffelsalat Möhren habe ich leider nicht Was können wir dann noch nehmen? Onion Okay, das haben wir Zwiebeln Haben wir ja eigentlich draußen, ne? Komm, pennen Und dann gucken wir nach Zwiebeln und nach Kartoffeln Aber das In der nächsten Folge Bis zum nächsten Mal Tschüss